Sie wählen mich aus? Denken Sie noch einmal darüber nach. Wir haben Sie in die Inge getrieben. Mit Verbindungskraft werden wir diese Lagen besiegen. Ah ja, das ist also Ihr lächerlicher Stützpunkt, General. Salud und damit herzlich willkommen. Worauf warten wir? Wenn Ihre Einheiten an meinen Chemiewaffen zugrunde gegangen sind, kann ich mich endlich wieder meinen Experimenten widmen. Zu der nächsten epischen Episode von Command & Conquer Generous. Und der Shockwave-Modifikation hier bei deinem General Ricky. Erneut in der Schlacht auf der Dumb-Map. Zusammen mit Beastie, Nojack und I Don't Care. Salud! 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 Nojack mit dem Panzer-General, Beastie ebenfalls und I Don't Care mit dem Special-Weapons-General. Und ich auch. Upgrade verfügbar. Die Frage ist, werden wir diese Map in dieser Konstellation endlich bezwingen? Wir haben es noch nie geschafft. Jetzt versuchen wir es mit viermal China. Let's do it, Baby. Ich bin heiß. Wie Frittenfett. General, wir müssen die IBG zurückschlagen. Wir müssen durchbrechen, bevor der Damm bricht. Hier müssen wir hoch. Verteidigen, Braun. Hier müssen wir hoch. Der Damm bekommt immer mehr Damage und in zwei Minuten bricht der Damm. Beeilung. Einfach nur Truppen, Braun. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Wer sich traut, Ausrufezeichen, Schlachte in den Chat. Kein Platz hier unten. Sehr, sehr unangenehm. Okay, was macht ihr? Geht ihr auf Truppen oder geht ihr auf Verteidigung? Ich gehe auf Truppen. Okay. Ich auch. Ich gehe gerade auch auf Truppen. Gut, machen wir so. Wir müssen uns absprechen. Wir müssen miteinander kommunizieren. Substrahieren, addieren und urinieren. Okay? Alles gemeinsam. Wir sind ein Team im Team in Team. Okay? Gut. Und denkt dran, mindestens einen Bulli mit drauf nehmen. Jawohl. Machen wir so. Flammenpanzer. Du gehst auf Overlords. Gleich bricht der Damm. Äh, Biest, geh schon mal vor. Geh schon mal vor. Geh schon mal vor. Mit deinen Overlords. Ich schicke auch dann nicht mehr was hin. Die Hälfte ist weg vom Damm. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Wir müssen jetzt langsam hoch. Deswegen, deswegen. Macht schön Damage. Fällt mir sehr, sehr gut. Die Grinder Cannon ist sehr effizient gegen die Stinger Cannons. Gegen die Stinger Stellungen. Komm, Baupanzer, Baupanzer. Fährst du hoch mit deinen Overlords? Ja. Jetzt supporte ich. Ja, ich gehe auf Alkao. Kannst du noch ein bisschen näher ranfahren? Äh, ja kann ich. Sehr gut, ich supporte. Der Damm ist orange. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen jetzt durchsprechen. Dann müssen wir uns aber... Dann müssen wir jetzt langsam los. Jetzt müssen wir los, ja. Ja. Schön hoch. Go, 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 go. Ja, klasse. Schön, schön, schön. Fantastisch. Und Vorrücken. Die blockieren, die blockieren. Deine Overlords blockieren. Ja, die fahren schon, die fahren schon. Lassen Sie es mal machen. Zieht alles hoch, zieht alles hoch. Wir haben noch Zeit, alles gut. Kein Stress. Alles easy. Noch schaffen wir das. Na, ihr habt ja natürlich eine ganz schöne Angriffsarmee, die euch schon wieder entgegengesetzt wird. Julian, wir müssen nach rechts rüber. Wir müssen all in nach rechts. Wir müssen supporten. Ja, das wäre super. Unsere Kameraden brauchen Support. Ja, es kommt gleich ein Artillerie-Schlag. Jetzt ist er da. Okay, die kommt zu euch rüber, die kommt zu euch rüber. Wir haben noch Zeit. Alles easy. Jetzt werden wir hier ab. Sniper abgewehrt. Ja, gut. Schön, klasse. Jetzt müssen wir alles unten verkaufen. Genau jetzt. Verkauf unten alles. Jetzt verkaufen. Alles muss weg. Und alle Einheiten hochziehen. 30 Sekunden bricht das Ding durch. Los, fahr schneller. Fahr, 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 fahr. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Dein Propagandazentrum. Sehr gut. Schön. Alle gerettet. Fantastisch. Gut gemacht. Klasse. Okay. Gut, hier haben wir alles eingenommen. Das fetzt. Rons. Jetzt kommt eine große Welle. Achtung, in der Mitte kommt die Welle hoch. Freunde der Nacht. Oh mein Gott, euer Gebäude. Oh mein Gott. Au. Wow. Ah. Ah, wenn ich euch vielleicht... Meine kleine Propaganda-Sinn sagen müssen. Gott. Okay. Purgleim, nix passiert. Alles easy. Lass uns nicht aus der Ruhe bringen. Da ist noch ein Sniper in der Mitte. Der geht zu dir, ob ihr gebt. Ja, gegen die Sniperinos brauchen wir dann gleich was. Sniper gibt es hier ohne Ende. Ja, die Overlords. Die Overlords decken die auf. Die Sniper haben aber unglaublich viel HP. Da kommt noch ein Sniperino. Da ist er. Ja, das ist immer noch der. Der hält super viel aus. Der interagiert auch richtig clever. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da brauchen wir Flammenpanzer. Oder Burantinos. Wir brauchen die Burritos. Ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Ohne die Burritos wird es hart. Acht Minuten haben wir jetzt. Das ist sehr, sehr gut. Ich gehe auf Technology. Dann auf Massenhaft Einheiten. Ich baue jetzt ganz viele Burantinos jetzt. Ich versuche jetzt wirklich erstmal auf Hackvans zu kommen. Weil ich habe immer finanzielle Probleme in dieser Map hier. Ich muss das Webzentrum erstmal bauen. Wir müssen hier. Ja, müsste ich. Müsste ich auch noch. Ja, baut das ruhig mal. Geht mal auf Hackvans. Wir brauchen nämlich wirklich Kohle im Late Game. Wenn wir hier weit kommen wollen, brauchen wir Money ohne Ende. Mhm. Das kennen wir ja schon. Das Gute ist, dass mit den Hackvans rumgefahren werden kann. Dass wir wirklich hochkommen damit. Die müssen wir dann allerdings ein bisschen babysitten. Das ist wichtig. Ich würde mal sagen, dass wir jetzt erstmal versuchen, so viel es geht aufzubauen. Mhm. Und dann, also vor allem an Truppenmenge. Und dann gehen wir hoch. Ja, absolut. Das wird dann so früh wie möglich hochgehen, oder? Ja. Ich hole jetzt Burantinos raus. Ja, da bin ich auch gerade dabei. Und wenn ich das Upgrade habe für die Hammer Cannon, kommt auch die Hammer Cannon. Mhm. Na, ich muss noch ein bisschen Kills machen. Ich werde Ihnen alles machen. Ja, ich auch. Ich muss noch weiter. Normale Hacker in den Hackvan direkt rein. Mal gucken, ob das klappt. Nicht, dass ihr irgendwo noch ein Sniperino-Rohr fetzt. Deuter. Deuter. Ach, ich bin wegen den Sniperinos, wisst ihr? Ja, wir haben jetzt hier genug bei uns, dass sie dann hinkommen. So, ich mache hier schon mal so ein bisschen Palermo. Ich jetzt auch bei uns. Ich habe hier dies, okay. Ich werde schon mal versuchen, so ein bisschen da vorne rauszunehmen. Wenn du Hilfe brauchst, ich habe es auch noch zu. Ich nehme, ich nehme, ich nehme. Oh mein Gott, die fahren voll rein. Oh mein Gott. Nee, mach nicht, geh weg. Unglücklich. Ich brauche jetzt Kills. Ich will meine Beförderungspunkte haben. Ja, ich will. Ein Aufdecken ist immer so schwierig. Oh, hier, Bees, 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 Hilfe bitte. Kommt hier, kommt hier nach vorne. Komm, 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 du bist doch raus, ja. Ich habe die Hammerkennung. Bist leer. Ich habe die Hammerkennung. Schön vorhalten, ja, schön, schön, schön. Genau, mach doch mal richtig dicht, ja, klasse. Bees, geh du bitte so ein bisschen vor, dass du so gesehen mein Schild bist. Und ich versuche dann alles da so, so gut es geht, es sind. Einheit verloren. Genau. Hammerkennung ist jetzt auch schon auf dem Weg. Mhm. Wirklich erst schnell ein Overloads auf der 1 bei mir. Nojay, kannst du ein bisschen aufdecken hier so? Dann können wir was brennen lassen. Ich muss dem nur mal was sehen. Jetzt kommen sie nämlich. Sie kommen, sie kommen. Ah, schön, 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 schön. Okay, ja. Nicht so weit vorgehen jetzt. Ich habe die jetzt einfach dort in die Mitte angreifen lassen. Mhm. Die Overloads, die ich einfach alles rausnehmen. Dann gehe ich ein Stück zurück. Das Hargert mit Förderungspunkte. Sehr, sehr schön, solide. Weil da die Truppen, die Fußtruppen raus sind. Okay, den größten Teil habe ich jetzt rausgenommen. Neutronen-Cluster-Missiles. Okay, wir können vorgehen, wir können vorgehen, wir können auf irgendeine Seite vorgehen. Wenn ihr Hilfe braucht, lasst Bescheid. Lass uns dann mal die Neutronen-Minen nehmen. Ja. Ja, ich denke, die Neutronen-Minen sind dann wirklich Gold wert. Ähm, I don't care. Du hast auch die Neutronen-Minen dann. Nimm dir die. Die haben wir alle. Echt jetzt? Krass. Vorsicht, den Bunker mache ich leer. Alles, vorher, Ben. Ich gehe mal hier in die Seite, jetzt gehen wir schon hier unten, wenn die Sachen rauskriegen. Mhm. Bunker ist leer. Ja, meine, meine. Ich gehe mit meinem Ohr, Leute. Ich mache das hier an der Seite alles so ein bisschen weg. Ja. Sehr nice, machen wir so. Geh du einfach vor. Oh nein, stopp genug, was macht ihr denn da? Ich gehe mal an das Angreifen und alles zerstören. Ist doch cool, oder was will ich denn? Ja. So, bei mir ist die erste Welle an Hackblends unterwegs. Nice. Okay, ich habe, hier rechts ist alles frei, wie es bei uns. Ja. Wir sind da, wenn wir weiter aufbauen. Ich halte, ich halte dann hier erstmal in der Mitte. Äh, ich schicke, ich, 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 ich komme gerade mit dazu. Ich schicke da Sachen hinzu. Ich hau mal die ersten Neutronen-Minen. First Capture Lane. Ja, die ersten sind bei mir auch schon. Lab. Liegen bei mir schon. Capture and Hold. Guck mal, wir sollen hier Capturen und Holden. Signal platziert. Hier oben. Ich hau hier auch mal Neutronen hin rein. Sie wurden befördert. Okay. Haben wir gut gemacht, sind wir hochgekommen. Sehr clean, schön. Na, nehmt ihr da raus. Oh, jetzt direkt und du hast alle nach oben. Sehr, sehr gut. So, okay, wie geht's, wir gehen vor? Wir gehen weiter nach oben. Wir können uns dort nicht schon mal einhalten. Ja, pass auf, das kann sein, dass hier irgendwo noch was versteckt ist. Ja, wir gehen vor, deswegen gehen wir erstmal vor. Nur eine Truppen und dann schauen wir mal. Ich kann mal ein paar Nukes einnehmen. Macht mal all eure Updates, pusht die mal durch auf euren Butzen. Pusht mal alle Updates einfach mal durch. Ich bin jetzt schon gerade dabei. Okay, wir gehen hoch. Können wir wieder schön was einnehmen, das machen wir. Nimm dir auch gerne Raketen-Silo-Nojack. Ach, ne, 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 motorisch. Ach, wieder, okay. Gut. Äh, Alarmstufe Rot, Alarmstufe Rot hier oben. Oben links. Oben links, ach du Schander. Jo, hier geht's richtig zur Sache. Schön, 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 nehmt die raus. Das ist fantastisch. Und jetzt muss man hier ein bisschen performen, los. Ne, die sind weg. Da oben. Oben. I don't care, kannst du den Palast hier rausnehmen? Den ich markiert habe. Bin dabei. Ja. Achso, da oben meinst du? Zweieinhalb Minuten noch. Ja, ich bin mir sicher. Unsere Heckvans aufpassen. Das kann ich gar nicht rausnehmen. Ganz links in der Ecke. Ganz links in der Ecke. Also ich bauke mal hier wieder auf. Ja, ich bin auch schon dabei. Alle rausnehmen. Genau, mach du auf. Oh, oh, die Atomrakete fackelt ab. Rons. Boah, das... Nein! Oh, jetzt hier. Rechts, rechts, rechts. Nicht schlimm, nicht schlimm. Nichts? Das war's mal mit der Atomrakete. Schön aufpassen, aufpassen. Die kommen da raus. Deine Burritos. Fahr mit denen weg, fahr mit denen weg. Ganz rechts Burritos. Jetzt komm. Hä? Hinter uns. Hinter uns, da kommt Rakete. Aus dem Wasser, yo. Ja, komm, Rakete werft von hinten. Ja, oben da. Kriegen wir hin. Die kommen aus dem Wasser. Die kommen aus dem Wasser. Ich nehm die raus. Was ist das denn? Wir brauchen jetzt... Ähm, Dingens. Wir brauchen Anti-Air. Äh, ja. Aber sowas von. Fahrt weg mit euren. Greift mit denen. Komm, holt die Helix runter. Holt die Helix runter, Leute. Kommt schon. Schafft ihr. Schafft ihr. Overlords. Ja, ja. Ich wünsche dir, ich brauche schon. Dann nimm die raus jetzt. Los. Hammerkanonen, Angriff. Los, 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 los. Wir haben zu wenig Energie. Ah, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Let's go, let's go, let's go. Kriegt ihr die Helix runter, ja? Ja, ich hab da einen Gethin gebaut. Ich hab Gethin gebaut. Bams. Okay. Wreck-Attack ist erledigt. Ich geh all, ich geh hoch. So. Obis, wir müssen langsam verkaufen. Mhm. So, gut gemacht. Fantastisch. Höre den Feind ab. Die Butze da sollen wir einnehmen. Sehr, kommen wir gut voran. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ja, alles verkaufen. Ja, wir sollten jetzt nochmal langsam unten verkaufen. Ja. 40 Sekunden alles verkaufen. Absolut richtig. Perfekt. Let's go, let's go, let's go. Okay, erledigt. Alles hochziehen. Alles hoch, alles hoch, alles hoch. 20 Sekunden nur noch. Hm, was ist das Button? Alle Einheiten hochholen. Vollgas, los, 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 los. Bringt euch mal ein bisschen in Sicherheit. Also Kohle sollte ich haben. Deine Overlots, deine Overlots. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Ja, die fahren schon. Nee, guck mal hier. Drei. Ja, aber es macht nicht. Eins. Und. Oh, was war's mit den dreien? Kluck, 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 kluck. Und abgesoffen. Wie lange können sie die Luft holen? Ah, war doch gut, dass ich vorher noch ein paar Deckmonds gebaut habe. Okay, sehr gut aufgepasst. Jetzt alle zusammen. Jetzt haben wir wieder so ein bisschen ein Ruckelfest hier. Ist schon schade. Versuche hier mal ein bisschen aufzudecken. Jetzt kommen nämlich die Sniperinos. Ja, die Sniperinos kommen, wollen frech werden. Kommt ein böser, böser Overlord-Angriff. Oh, oh, oh. Achtung, oben links. Oben links auch, ja. Wieder links. Dann müssen wir bei uns auch aufpassen. Komm schon, wo ist meine Mine? Komm, gib mir meine Neutronen-Granaten. Schön, 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 schön. Voll rein, ja. Und neutralisieren, los. Yes. Fantastisch. Yo, Strike-Baby, klasse. Die nehmen wir dann ein. Boah, hier fliegen die Einheiten durch die Gegend, kreuz und quer. Schön verteidigen, Hammer-Cannons sind da, Burritos ballern auch. No-Jack supported mit seinen Overlords, fantastisch. Lopenschleicher-Angriff. Bei euch, oben rechts. Oben links. Brauchen wir Anti-Air. Anti-Air brauchen wir. Oh mein Gott. Alles gut. Meine Overlords, kümmern sich noch drum. So, weg. Wir brauchen Support. Wir brauchen Support. Wir brauchen Support. Anti-Air bitte einmal zu uns. Der Helix, der nimmt alles raus. Wo kommt denn die Overlords nochmal nachher? Rittendrin. Sehr gut gemacht, klasse. Die Overlords spawnen hier bei uns. Das hat schon Overlords. Gut gemacht, No-Jack. Richtig stabil, klasse. Ah, die spawnen mittendrin, das stimmt. Achso. Ja, ist rausgenommen. Baut Gebäude, baut Gebäude. Ja, das ist gut. Okay, perfekt. Oh, mein Neutronenmoni haben ein paar Einheiten von denen ausgeschaltet. Ist das in Ordnung? Neutronenmoni hört sich sehr, sehr gut an. Oh Gott. Die Atomrakete einnehmen wäre eigentlich recht schmackhaft. Wir sollen doch die Butze da oben einnehmen. Wollen wir das mal machen? Dann müssen wir nur die Gatlinge weg snacken. Die Bomben hatte ich das gleich bereist. Also ich mache jetzt hier richtig Palermo. Ich flüge mal feucht durch. Ich komme mit dem Kärscher. Bombenzeppich kommt. Sehr gut. Setzt eure Schutzbrillen auf. Geht auf die Augen. Immer Seismic Shells. Bombenzeppich fliegt. Riesenarmee von oben rechts. Ich lade meine Hammerkanonen mit Seismic Shells. Schön freigemacht. Oh, die Gegend sind ausgeschaltet. Mega geil. Achtung, hier in der Mitte sind es Hackern. Ach, ähm. Sitz Sniper. Ja, ich versuche jetzt die Budi einzunehmen. Das ist ein Sneaperino. Oh, das brennt. Okay, lass langsam vorgehen. Ich gehe langsam vor. Ich versuche es so gut es geht rauszunehmen. Soll ich komme mit meinen Ovis? Genau, geh du vor mit deinen Oberloß. Das ist ein bisschen... Ich nehme rechts die Verteidigung raus. Einheit verloren. Und weiter hoch. Der hat er nie geschützt. Ist ja noch da. Raus damit. Damit die jetzt noch rausnehmen. Nehmen wir raus. Machen wir. Aber hier oben steht noch was. Weg ist er. Wunderbar. Steht noch. Steht noch. Bei meinem Beacon. Ach du schon, jetzt haben die Bock. Oh, da kommen... Da kommen... Komanchis, jetzt kommt alles. Jetzt kommt alles. Oben links, totale Eskalation. Wir brauchen Support. Ja, wir kommen jetzt nach rechts. Wir kommen auch zu uns. Die kommen auch zu uns. Die wechseln sich auch uns. Ihr könnt euch um die Commandos kümmern. Wir versuchen die hier auch zu heißen. Artillerie wird geballert. Gut gemacht, Nojack. Richtig stabil, mega. Supporte. Nojack, oben links ganz viele Sniperinos. Oh, alle gekillt. Nice. Gut gemacht. Wir nehmen gerade das, was in der Mitte ist, so raus. Wo es geht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Capture and Hold haben wir hier. Hey, das sind aber ganz so viele Komanchis. Das sind viele Komanchis, ja. Brauchen wir Anti-Air. Ja, jetzt brauchen wir auf jeden Fall mehr Anti-Air. Wird produziert, kommen. Oh, bei uns oben rechts sind Komanchis. Ja, bei uns oben links auch. Komanchis on mass überall. Wir brauchen Anti-Air, Freunde. Das ist die pure Eskalation. Unten links sind Infanteries. Unten links kommen sie wieder mit Infanterie, jawohl. Hm. Das sind Raketenbänder. Oh, Mann. Okay. Okay, ich bin wirklich überrascht. Die Oberloids halten aber wirklich lange aus. Gut abgewehrt. Klasse gemacht. Das ist fünf Minuten. Hier müssen wir noch abwehren. Ah, super, super, super. Also ihr müsst unbedingt bei den Oberloids, da braucht ihr unbedingt immer das Gatling abwehren. Meine Hammercannons stehen unter Beschuss. Ah, ja, ich seh's. Richtig, schiebt alles noch oben, was du da hast. Wir versuchen da oben jetzt alles ein bisschen safe zu haben. So, auch hier. Alles schon auf dem Weg. Super. Ich baue nebenbei noch ganz viele Gatlings einfach aus, damit ich ihn bekam. Das ist fantastisch. Das ist noch ein Raketenbuggy, den müssen wir rausnehmen. Na, meine Orgis machen nix. So, interesse. Habt ihr das eigentlich, das, was wir einnehmen würden, da in der Mitte? Habt ihr das eigentlich eingenommen? Das ist eingenommen. Okay, sehr gut. Ich habe das nicht aufgeschoben gehabt. Ist aber nix passiert. Ich glaube, wir haben ja Zeit bekommen. Okay. Was ist gut? Overlords, Overlords. Wir müssen uns weiter nach oben kämpfen. Wir brauchen wieder stabile 60 FPS. Kommt schon. Schon wieder so Matrix-Vision, was wir hier haben. Schön, schön. Die Hammercannon, wir brauchen mehr davon. Achtung, Riesenwelle ist gespawnt in der Mitte. Ich hau alles rauf an Luftangriffen, was ich habe. Ich pfeffer voll rein. Ich hau volles Pfund drauf. Yo, let it burn, baby. Wartet auf meine Luftangriffe. Schön, richtig solide. Ein dick belegtes Puratino-Brötchen, bitte. Zum Gleichessen. Yummy, yummy. Nom, nom, nom. Oh, oben, rechts, oben, rechts. Von oben, von oben, ja. Ja, ich habe nämlich schon abgeschüttet. Das ist total die Matrix. Das schaffen wir. Also sind schon mal weitergekommen als beim letzten Mal. Wir sind in Position. Stellt euch auf und ballert, los. Bitte, bitte. Alter, wir halten die Augen. Bei letztem Mal könnt ihr sogar noch weiter. Wir waren schon mal recht weit oben. Ja, doch, die waren schon weiter. Wir waren schon mal recht weit oben. Mal gucken, ob wir es jetzt schaffen. Wir haben diese Map noch nie bezwungen. Noch nie. Wir müssen hoch, kommt schon. Alter, was halten die aus? Ja, wir müssen uns dann gleich aufsplitten. Das wird jetzt nämlich richtig böse. Die halten so viel aus, das ist wirklich abnormal. Ja, guck sie an, was bei uns da gerade ist. Das ist wirklich abnormal. Ich bin überhaupt gar nicht hinterher mit einrichten worden. Ich gehe jetzt voll auf Einheitenproduktion hier oben. Das ist jetzt erst mal auf meiner Agenda. Irgendwo habe ich jetzt gerade Schleichangriff gehört. Ich auch, ich auch. Ich habe auch Gott angewöhnt. Ich habe schon eine Menge verloren. Bin ich ganz schrecklich. Das Ding ist einfach noch nicht raus. Jetzt stirbt. Los. So, okay. Genau, jetzt machen wir hier schon wieder. Ich habe den Griff zerstört. Rambazamba, mein Earthshaker ist ready. Wo soll ich den reinhauen? Dann kannst du leider nicht zerstören. Wir müssten irgendeine große Armee noch triggern für meinen Earthshaker, weil der ist jetzt ready. Guck mal da, oben in der Mitte. Guck mal, oben da in der Mitte. Guck mal, oben in der Mitte. Da kommt er. Er fliegt. Earthshaker visiert sein Ziel an. Hier bei Command & Conquer Generals und der Shockwave-Modifikation. Bala. Drei, zwei, eins. Die Mumpel fliegt. Wir genießen die Flugbahn. Wir genießen den Einschlag dieser magischen Patrone. Einheit verloren. Kurz Luft holen. Einatmen. Und ausatmen. Mach gar keinen Schorn. Doch jetzt. Rums. Rums. Und Bums. Ha, 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 ha. Yes. So muss das aussehen. Fantastisch. Strike. Okay, wir müssen weiter vorrücken. Rücken, 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 vorrücken. Rücken und zwar vorrücken. Nicht schon wieder. Nicht auf Krücken. Deine Heckwands, BSC. Mit einem eleganten Hüftschwung müssen wir den Gegner verzücken. Oh, Buratinos. Zweieinhalb Minuten noch. Wir haben es im Visier. Alles easy peasy, lemon squeezy. Langsam hoch, langsam hoch. Einheit verloren. So, okay, 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 okay. Bisschen Zeit haben wir auch. Das sieht jetzt gut aus, ja. Ich baue einen neuen Earthshaker hier oben hin. Von links Command-G's. Von links Command-G's. Ich brauche Anti-Air. Must love Command-G's von links. Aber ihr habt genug, oder? Ah, ich hab's. Warben genug? Neh mal wieder ein bisschen die Abwelle. Ja, aber die Overlords haben den gekümmert. Overlords sind richtig gut. Ja, meine Overlords sind gerade noch in der Produktion. Absolut stabil. Sehr schön. Okay, weitere Buratinos. Wir rücken hier Zentimeter für Zentimeter mit unseren Hammerkanonen nach vorne. Wir müssen mal die Abwehrstellung, die Artillerie rausnehmen. Von links haben wir Angriff. Vorsicht, Vorsicht. Mit ganz vielen Sniperinos. Voller Hamwee, stinksauer. Der Hamwee ist stinksauer. Oh, ich geh'n nimm jetzt mein Waffenfabrik raus. Schön Gebäude bauen. Nicht vergessen Gebäude zu bauen. Und vergiss gleich nicht unten alles zu verkaufen, aber gleich. Bisschen Zeit haben wir noch. Und nehmt den raus. Haben wir jetzt stinkig. Weg ist doch gut gemacht. Fantastisch. Was macht ihr da unten? Geht nach oben. Meine Fans wollen unbedingt nicht nach oben. Okay, fantastisch. Kriegen wir alles hin. Weiter nach oben, weiter nach oben. Gut, hier sieht's noch schön aus. Kann man hier nochmal kurz was Schnelles nachholen. Anderthalb Minuten. Ja, komm. So, wir dürfen nichts decken. Kohle hab' ich en masse. 185.000. Wie viel Kohle habt ihr? Ich hab' 170.000. 178.000. 178.000. 178.000. Eidonker, wie viel hast du? 165.000. Ach, ist gut. Biesti, du musst gucken, dass du mehr Kohle kriegst. Hast gleich nichts mehr. Ja, ich bin schon dabei. Achtung bei euch, sind Comanjis. Jaja, wir sind, ich bin schon, ich bin schon auf dem Wegkonto zu uns. Unten rechts Comanjis, jawohl. Einhalt verloren. Wir müssen wieder dieses Gebäude hier einnehmen. Wir müssen unten jetzt alles verkaufen. Eine Minute noch. Alles weg unten. Alles verkaufen. Boah, das ruckelt aber gerade richtig extrem. Alles weg hier. Komm, 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 komm. 33% der Karte haben wir geschafft. Jetzt wird's richtig mies. Jetzt kommen die ganzen Nuklear-Trucks. Komm jetzt. Jetzt wird's richtig nuklear gleich. Jetzt kommen 100 Nuklear-LKWs. Komm jetzt. Guck mal, was mein Plan ist. Ich hab Earthshaker en masse gebaut. Wir haben einen feindlichen Infiltrator geortet. Brauche ich nur noch Energie, Energie, Energie. Das Technologiezentrum da oben müssen wir einen nehmen. Achtung, Mann. Achtung, Mann. Jetzt kommen sie, jetzt kommen sie, jetzt geht's ab. Oh, Mann. Topolraketen. Topolwerfer, massenhaft. Wir brauchen Flugzeuge. Leute, wir brauchen Flugzeuge. Wir brauchen Flugzeuge, jetzt. Ganz, ganz schnell. Oh mein Gott. Wir müssen hochrücken, hochrücken, hochrücken. Wenn die nichts aushalten, sind sie gleich weg. Nehmt die Topols raus. Die sind super böse. Die stellen sich auf. Die gehen wieder in Position. Die gehen wieder in Position. Ja, ich schick da nämlich was hin. Die ballern. Oh, die halten nicht so aus. Bistie sind gleich weg. Oh, 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 oh. Einer hat noch überlebt. Nehmen wir raus. Aber dann ist das jetzt wenigstens weg. Jetzt kommt eine riesengroße Armee. Bistie bei uns sind sie weg. Bistie bei uns sind sie weg. Wir brauchen Support oben. Oben links brauchen wir Support. Jetzt brauchen wir Support. Jetzt brauchen wir Support. Bei uns fliegt alles weg. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Marphalm Strike kommt. Verschafft uns wertvolle Zeit. Meine Augen sind auf dem Mix. Sieht gut aus. Lasst es brennen. Oh ja. 4798 Grad Celsius. Burn, Baby, burn. Ich nehme mal die Verteidigung hier vorne raus. Bistie, geh du rüber. Hilf denen mal kurz. Ich werde die Verteidigung hier alles losnehmen. Sondern es ist nicht richtig. Volltreffer gewesen, sehr schön. Ja, meine Augen sind schon auf dem Weg rüber. Sehr gut, sehr gut. Ich kümmere mich hier um die andere Seite, dass sie dann nicht wegkommen. Ich brauche mal ein Propagandazenträlchen. Die Abwehrstellungen müssen raus. Die blöden Artillerietürme. Artillerietürme müssen weg. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin gerade dabei. Einheit verloren. Okay, 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 okay. Sehr schön. Okay, da. Einmal ist schon weg. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber wir werden schon wieder angerufen. Komm, hör mir das langsam auf. Sieben Minuten haben wir noch. Alles easy. Alles im grünen Bereich. Ich habe gleich vier Earthshaker. Ja, der Topolwerfer. Links Comanjis. Links im Stützpunkt. Comanjis en masse. Die sind links unten in unseren Stützpunkt drin, No-Check. Links unten in unseren Stützpunkt Comanjis. Ja, ich weiß, ich sehe es. Zu wenig Luftabwehr. Ich habe meine Kommand... Ich habe meine Oberlots schon geschickt, aber... Die bleiben nur so schön, da stehen. Kann jeder von euch das Ding in der Mutter da einlegen gerade? Ja, ich versuche es. Ich kriege keine... Ich kriege keine Kaserne hochgezogen. Das ist mein Problem. Warum die Comanjis müssen runter, 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 runter. Voller Humvees sind da auch am Start. Der Topolwerfer macht noch Halligalli. Da kommt Sniperinos. Nehmt ihr schön raus. Klasse. Ihr habt nur noch den Topol. Na gut. Alter, ich schicke meinen Bock. Pumpstation einnehmen. Machen wir gleich. Komm schon, komm schon, komm schon. Ach, ich brauche Flugzeuge. Keine Energie mehr. Das ist schlecht. Wir brauchen Energie für die Earthshaker. Komm, 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 komm. Bau Energie, Mensch. Ja, mache. Earthies will ich auf jeden Fall ballern, die vier Stück. Habe ich nicht umsonst gebaut. Wir müssen hoch. Einheit verloren. Bitte hoch den Topol Launcher killen. Mein Bomben habe ich gefliegt. Super. Ja, okay. Sonst wäre ich jetzt rübergegangen, weil ich gehe hier schon vor. Ich gehe hier schon nach oben. Wir müssen jetzt hoch. Wir müssen all in nach oben. Ja, und das war so schnell wie möglich. Jetzt müssen wir wirklich ganz schnell hoch. Wir haben aber noch, wir haben noch Bootszeit. Also, Leute, also ganz entspannt. Wir haben noch recht gut Zeit. Kann jemand die Butze in der Mitte einnehmen? Ich komme einfach nicht dazu. Ja, ich baue schon, ich baue schon da. Ich habe schon, ich habe schon. Das ist mega. Okay, alles erst mal hoch. Ey, Nojack, unsere Farben sind so ähnlich. Ich weiß nicht, was mein und deine Gebäude sind. Haben wir irgendwie die gleiche Farbe? Das ist sehr ungünstig gewählt gewesen. Ist das dumm gemacht. Sehr schön, sehr schön. Aber weiß ich beim nächsten Mal Bescheid. Nehmt die raus, nehmt die raus. Ja, wir sind wirklich rot in rot. So. Okay. Man, nur Zentrale. Ne, kein Skat schon. Das sind die Atomlaster. Äh, die Atomlast, ich weiß, ich weiß. Ich bin da voll reingefahren. Die kommen jetzt. Da kommen jetzt 50 Stück davon. Das wird jetzt richtig übel. Die spawnen dann mit einmal. Deswegen sage ich. Überall kommen die, überall. Ungefähr in der Mitte. Hier, nächste Topol-Launcher oben links. Wir haben den nächsten Angriff getriggert. Sie kommen, sie kommen, sie kommen. Jetzt kommen sie. Oh mein Gott. Jetzt wollen sie es wissen. Einheit verloren. Ach doch. Infiltratoren. Oh mein Gott. Die Topol-Launcher sind so böse. Ich habe noch nichts dagegen. Wir brauchen Flugzeuge. Wir brauchen auf der nächsten Stufe. Wir brauchen schwarze Haie. Ich versuche es mit meinen Overloads. Ich habe da schon wieder was ausgelöst. Das kann noch nicht sein. Das ist gut. Macht ihr alle weg. Macht ihr alle weg. Da. Rechts. Bisschen. Rechts. Sehr gut. Sauber. Absolut klasse. Stark. Pumpstation oben rechts. Dankeschön, Viking. Ja, die müssen wir einnehmen. Die Pumpstation. Müssen wir einnehmen. Okay. Topol-Launcher. Topol-Launcher. Schön, 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 schön. Ich fahre mit meinen Overloads drauf. Soll ich die weg to-ponen, die Launcher da? Die brauchst du nicht. Ich habe meine Hanna keinen Bekleid bei drauf. Gut. Und ich stehe gerade noch was in Sicherheit. Sieht gut aus. Solide. Nein. Und unten noch. Unten noch. Kommt schon, kommt schon. Lasst nicht eure ganze Armee rausnehmen von denen. Schön, 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 schön. Wir fahren bei uns oben. Wir müssen weiter nach oben rutschen. Okay, wir haben es rechts. Wir haben es rechts jetzt, glaube ich. Ja, wir haben es rechts. Wir rutschen hier ein bisschen weiter nach oben. Komm schon, komm schon, komm schon. Stell dir eine Abwehrstellung hin. Super. Okay, wir haben es rechts geschafft. Wir sind da durch. Das ist fantastico. Ich muss hier wieder alles aufbauen. Da kommen sie. Sie spawnen, sie spawnen. Da sind sie. Rums. Oh mein Gott. Das sterbelt im Gehörgang. Lass uns die Artis rausnehmen hier. Ah, mega. Die Hammercannons sind Gold wert. Wir sind in der Mitte angekommen, Jungs. Solide Arbeit. Richtig stark. Richtig fantastisch. Wir sind in der Mitte. Okay. Weiter hoch. Großer Angriff, Julian. Die kommen, die kommen, die kommen. Die wollen unsere Hammer. Unsere Hammerbrüder wollen die rausnehmen. Pass auf, pass auf. Da ist Atombombe. Äh, Atomwagen ist dabei. Die müssen wir raus snacken. Oh, da kommt da so ein Atomrecken. Achtung, die müssen wir raus snacken. Mumpeln, fliegen, Mumpeln, fliegen. Große Explosion. In drei, zwei, eins. Schnellst du an, schnellst du an. Ja, meine Ohren. Das ist nicht gut. Halt denn so viel raus. Das ist gar nicht gut. Die kommen voll rein. Die kommen voll rein. Rückzug, 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 Rückzug. Haut ab, meine Hackarinos. Haut ab, haut ab, haut ab. Die kommen voll rein. Die kommen voll rein. Wir müssen einen sprengen. Wir müssen den jetzt sprengen. Schnell, wir müssen den sprengen. Wir müssen den sprengen. Jetzt, 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 jetzt. Komm. Explodiert, explodiert. Bitte los. Explodiert jetzt. Komm schon. Crush an meinem Bully. Blockiert ihn, blockiert ihn. Jetzt gehen sie hoch. Der eine muss explodieren. Der eine muss explodieren. Oh mein Gott. Der, der Bucking. Der, der Bucking. Aber der ganze Hammer ist weg. Die Hände von den Oberlobs sind alle zerstört. Sieht's bei euch aus? Alter, da kommt es schnell. Ja, da kommt es so gut. Ja, das tut schon gut. Du musst ganz dringend neue Oberlobs holen. Schön, los. Spielt Pingpong mit ihm, ja? Genau so, genau so. Schön, 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 schön. Genau. Lasst ihn springen. Der kommt jetzt zu euch. Oh mein Gott. In der Mitte knallt's wieder. Oh oh. Ey, weil ich knallt vielleicht nochmal, da kommt was zu euch. Nein. Ich bin gerade da, mein Patzer zu produzieren. Wir müssen hoch. Wir müssen hoch. Wir müssen hoch. Oh oh. Das war's. Nein. Das ist sehr schlecht. Meine ganzen Heckvans sind weg. Ganzen Heckvans weg. Neuer Bound. Komm, 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 komm. Ich hab meine Heckvans deswegen noch nicht hochgenommen. Das ist sehr klug gewesen. Was wird das jetzt da mit dir in der Mitte? Aber weißt du was? Ich brauch jetzt definitiv ganz, ganz schnell meine... Nein. Komm, 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 komm. Äh, Hamvi. Rechts Hamvi bei uns im Stutzpunkt. Klopp ich jetzt voll eine rein. Achtung, nicht erschrecken. Wird laut. Okay, links war ich. Angriff, Angriff, Angriff. Bei uns links Angriff. Großangriff, Nojack. Bei uns links. Einheit verloren. Großangriff. Äh, Jungs, wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen jetzt wirklich Support. Wir brauchen wirklich Support jetzt. Ich hab das Gefühl, wenn die da bei euch sind, kommen die nochmal bei uns an. Deine Heckvans. Das sind deine Heckvans. Ist okay, ist okay. Ich bin hier stehen. Na gut. Gehen sie drauf, ist in Ordnung. Komm, ballert da jetzt eure Bomben rein, Mensch. Ballert. Kann doch nichts mehr stehen bleiben. Guckt ihr doch den Wahnsinn an. Das ist die Hölle auf Erden. Lasst es brennen, jetzt. Schön, 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 schön. Komm, 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 komm. Hoch, 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 hoch. Zweieinhalb Minuten haben wir noch, das ist gut. Äh, halt und her. Kannst du mit deinen Poratinus hier noch ein Schäsen? Helixe, Helixe, links Helixe. Ich hab nichts gegen Luft, ich hab nichts gegen Luft. Ich hab nichts gegen Luft, ganz links Helixe. Kein Anti-Air, ich hab nichts. Ich verkaufe schon mal ein bisschen was hier unten. Okay, wo sollen meine Earthshaker jetzt reinbatzen? Wir haben jetzt vier Earthshaker. Vier Earthshaker Rhinos haben wir. Guck mal, guck mal. Hier ist die rechts bei uns. Jaja, genau die meinte. Was macht denn jetzt da rum? Stützpunkt bei euch, Vorsicht. Jetzt geht's hier zur Sache. Okay, die Mitte, die will nicht erobert werden von uns. Die Mitte will nicht erobert werden. Guckt euch jetzt an, was hier abgeht. Okay, Earthshaker. Wo hau ich die Earthshaker rein? Gebt mir ne Position, deckt auf. Zeigt mir, wo die rein sollen. Ich hab grad nichts, ich hab grad nichts zum aufdecken. Da müssen die rein. Da auch nichts zum aufdecken. Zwei Earthshaker kommen, Baby. Sie kommen. Das gönnen wir uns jetzt. Alter, wie oft die viele kommen in der Maus. Sie fliegen. Oh, das wird ein Fest. Da kommen meine Earthshaker. Let's shake it, Baby. Wir machen jetzt ein Cocktail für die ganze Familie. Seid ihr bereit? Genau jetzt. Kräftig durchschütteln. Mit Eiswürfeln. Oh yes. Mit Eiswürfeln. Kräftig durchschütteln. Kräftig durchschütteln. Kräftig durchschütteln. Kräftig durchschütteln. Wohu. Yo. Schön. Sehr gut. Mega. Husten und Husten. Einmal im Chor. Boah. Hu 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 hu. Ja. Ha 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 ha. Mega krass. Boah. Rekki, wenn du noch einen hast. Dieses Leichen. Sehen Sie es, General. Wir müssen jetzt auf jeden Fall rechts die Pumpstation einnehmen. Ja, unbedingt. Ich sehe nichts mehr. Ich habe Whitescreen. Oh, Leute, verkaufen, verkaufen. Oh, ja. Okay, wir müssen hoch. Sonst müssen wir tief und tief. Julian, wir müssen aufdecken. Bitte deck auf für mich. Ich habe leider nichts am Aufdecken. Earthshaker schießt. Earthshaker, ähm, Dingens. Einfach hier predicted, da rein. Okay, alles verkaufen. Jetzt muss ich schnell gehen. Julian, verkauf mit mir. Komm. Verkauf mit mir. Verkauf mit mir. Jetzt muss schnell gehen. Weg, 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 weg. Alles hat geballert. Alles hat geballert. Wir haben zu wenig Energie. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Brauchen die Kohle. So, das müsste alles von meinem Gebäude gewesen sein. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. 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 Ich glaube, diesen einen, diesen einen Nachschubflieger, den habe ich die ganze Runde schon. Ja, die Earthshaker waren doch Gold wert, oder? Ich baue wieder neue. Ich baue wieder neue Earthshaker, die sind Gold wert. Alter. Der Earthshaker zerstört meine Oberlords. Das ist okay, das ist okay. Die Opfer müssen gebracht werden. Kollateralschäden kann man beim Earthshaker nicht vermeiden. Hören mit dazu, zum guten Ton. Oh, wie viel Hammerkanonen wir haben. Ey, wir haben bei uns jetzt einen Kank. Vorsicht, da ist was in unserem Stützpunkt. Ein Raketenmann, ganz Böser. Oh, komm, komm, komm. Verrecke, du Schnecke. Los, verrecke, du Schnecke. Oh, Gott, es rockelt. Wir haben ihn. Und weiter nach oben, weiter nach oben. Komm schon, ich bin on fire, Baby. Nein, nicht mein, nicht mein Bulli. Das war der Letzter. Jetzt geht's ab. Echt, das war der Letzter? Das war der Letzter. Das ist schlecht. Warum hattest du dann keinen mehr? Die anderen sind gerade abgesoffen. Das ist sehr schlecht. Warte, warte. Haben wir nicht Neutronen? Biesti muss mit einem neuen Bulli versorgt werden, schnell. Wir haben Neutronen. Warum haben die Range? Nimm die raus, nimm die raus, nimm die raus. Komm schon, komm schon, komm schon. Stellt euch auf. Nur ein Hacker, der reingehen könnte. Das ist gut, lass den reingehen. Mach das. Brums. Brums. Angriff. Angriff auf unser Basisrecken. Wo denn? Oh mein Gott. Oben links. Ich greife an. Ich greife an, Baby. Ich bin heiß und fettig. Ich bin heiß und fettig. So wie Rettich. Schwarze Haie befinden sich in der Ausbildung. Hast du einen Neutronenbomber? Komm schon. Nehmt die raus, los. Das ist nie nur. Lasst es krachen. Lasst es krachen. Rums. Rums. Gut abgewehrt. Und weiter nach oben. Scudis müssen raus. Scudis müssen raus. Aufdecken. Bitte nach oben. Ganz nach oben. Ganz nach oben. Das ist noch eine Art hier angriffen. Ich habe ein Problem rechts bei mir. Ich bin im Eimer. Ihr seid im Eimer. Oh mein Gott. Nein. Wehrt euch. Wehrt euch. Kommt schon. Kommt schon. Geschafft das. Bici hat kein Bulldozer mehr. Ist nicht schlimm. Wehrt euch bitte. Los. Weiter hoch. Weiter hoch. Weiter hoch. Ne. Der Tumt sind jetzt nicht. Ich supporte. Ich komme mit meinen Sharks. Meine Sharkies kommen. Ich muss jetzt allerdings erstmal auf Heckvans gehen. Ich habe nämlich sonst keine Kohle mehr. Ja das ist nicht gut. Ich habe nur noch 100.000. Okay wir müssen hoch. Nächste Stufe. Haben wir schon die Pumpstation gesichert. Ich habe hier alles weg genommen. Bei mir ist alles weg. Ja ich gehe mit meinen Hobbies hoch. Ich überlege gerade immer noch. Haben wir irgendwie Neutronen? Irgendwas. Ich habe nichts Neutronen mäßiges. Habe ich nicht. Ich habe leider auch keinen. Hast du überhaupt irgendeine Truppe, die du reinpacken könntest? Ein Heckar, ja. Achtung Nukleare. Ja, ja. Ja, ja. Genau da. Genau. Nehmen meinen Bulli. Nehmen meinen Bulli. Ja, super. Alle auf den Bulli rauf. Fantastisch. Perfekt. Das war gut. Das war ein perfektes Timing. Das war absolut klasse. Schön. Wild. Viking fiebert richtig mit. Super geil. Vorsicht Avenger, 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 Avenger von rechts. Lufteinheiten wegnehmen. Wie kommen die am Bock? Da ist eine weitere Abwehrstellung. Okay. Okay, wir sind bei 60 Prozent, Freunde, der guten Unterhaltung. 60 Prozent. Habt ihr Bock? Ist das spannend? Eins in den Chat. Macht euch das Laune, diese Map hier anzuschauen und mitzufiebern. Armormäßig, Wu, Liebe geht raus. Absolut stabil. Komm schon, komm schon, komm schon. Versuch ich das mal mit diesen Metronen. Dass ich ein Bulli da rein schaue. Ne, raus hier. Los, 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 los. Das war super. Probiert. Oh, da hinten sind die Doktor. Verstandung. Okay, ich habe gleich einen Earthshaker. Wo soll ich den reinpratzen? Äh, ich komme mal da oben vielleicht. Ja, oben. Signal platziert. Okay, ist notiert, ist notiert. Was nah mir? Achtung, Ricky, oben links. Buggies. Bin da. Alles klar, mache ich. Jetzt kommen auch noch Skatwerfers. Ja, die Skatwerfer halten nicht viel aus. Ich nehme die raus, ich habe meine schwarzen Haie. Schwarzen Haie regeln, Baby. Ich habe noch 7000 Offen. Ja, aber die kann ich in die Pumpe einnehmen. Ja, nehmt alles ein. Ich kann die Pumpe nicht einnehmen. Nicht? Nein. Okay, Bullis habe ich erstmal genug. Müssen wir die zerstören? Oh mein Gott, ist das bekloppt. Biesti hat keinen einzigen Bulli, ich habe 40. Das ist doch nicht schlecht. Ey, 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 warte mal hier. Guck mal, Neutronenranaten. Wenn wir jetzt da irgendwie versuchen, mit einem da kurz mal reinzuhauen, würde ich es denn den auch rauskommen? Ja, na klar, na klar. Ich stelle mal Bulldozer rein, dann kann er sich einfach da einen rausholen. Wo macht ihr das? Ich will das sehen, guck mal, ich will zugucken. Ah, genau da, wo Bulldozer steht. Kann da mal einer reinsteigen? Wo, 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 wo? Macht mal eure ganzen Marker auf der Map weg, ihr Süßes, dann habt ihr gleich keine mehr. Ich habe auch keine mehr. Hier qualmt es überall. Geil. Grüne Suppe. Nein, mit den Neutronen. Das habe ich schon versucht. Oh, ich kriege die Avengers hier nicht raus. Was ist denn das? Sind die unverwundbar oder was? Guck dir den Wahnsinn nochmal an, ist ja lächerlich. Nee, schade, funktioniert nicht. Hat das da einen Elfshaker benutzt? Nein. Gar nicht, mache ich jetzt. Er kommt. Er fliegt. Aber die stehen ja immer noch ganz gut. Hier nehme ich die Abwehrstellungen jetzt raus. Hier schmeiße ich Neutronenminen hin. Ist ja lächerlich, der Avenger, oder? Der ist doch lächerlich. Hier oben, shake das. Es ist soweit. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Klasse. Einheit für Jürgen. Mit dem kann weg. Mit dem kann weg. Mit dem kann weg. Okay, perfekt. Schön Damage machen, schön Damage machen. Oh, die Avengers. Die Avengers sind komplett übertrieben. Nee, nicht mit Lufteinheiten hin. Nicht mit Lufteinheiten hin. Vorsicht, nächsten Angriff. Jetzt kommen super starke, dreimal beförderte Imperower-Panzer. Die sind anders wild. Okay, Beastie, was kannst du noch machen? Kannst du noch was machen, Beastie? Kann weg, die. Also, die Panzer sind gerade noch eine Produktion. Also du bist noch dabei, ne? Du spielst noch mit, richtig? Okay, perfekt, sehr gut. Ja, ansonsten würde ich nämlich sagen, gehst du raus, wenn du dann nichts mehr hast. Oh nein. Performance-Technik. Ich brauche jede Kapitel. Gucken, ob uns das hilft. Das ist schon ganz schön laggy im Moment. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Könne birden. Combat-She-Notes. Könne birden überall, alles voll, jo. Jetzt brauchen wir unsere schwarzen Haie. Die werden runtergeholt vom Himmel. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Los, 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 los. Äh, Raketen-Buggys von links, die nehme ich mit meinen schwarzen Haien raus. Die Combat-Ginux, wir brauchen Anti-Air, wir brauchen ganz viel Anti-Air. Ich habe keine Kohle mehr. 5.000. 5.000? 5.000. Okay, das ist krass, weil ich habe ja immer noch 160.000. Das ist wild. Da machst du was falsch. Immer schön die Kohle investieren. Alles reinbratzen. Verkauf schon mal ein bisschen was. Da ballert ein Overlord auf irgendwas. Wir brauchen Hilfe, oben links. Ich kann nicht. Ey, wir kriegen diese Combat-Ginux. Die Combat-Ginux kriegen wir nicht raus. Kriegen wir nicht raus, die Dinger. Sind deine Helix full? Kannst du denen Gatlinge geben oder irgendwas? Meine Helix haben einen Gatling. Aber die können, äh, die können Mongees nicht anschießen oder Ginox. Oh mein Gott. Können nur vom Boden aus angreifen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das darf so nicht enden. Los. Das ist ein dreimal beförderter Overlord in unserem Stützpunkt. Nehmen wir ihn raus, Mensch. Haben schon Baller drauf. Jetzt kommen Raketenwerfer. Nehmt den raus. Los, 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 los. Fahrt weg, fahrt weg, fahrt weg, fahrt weg. Einheit verloren. Höh. Der grüne Burton ist aus dem Overlord rausgekommen. What? Okay, okay. Das ist eine Ansage. Komm, nehmt den raus. Seht den Apokalypse-Mammut. Los. Weg ist er. Weiter nach oben. Nehmt die Raketen-Heinis raus. Nehmt die Raketen-Heinis raus. Sehr gut gemacht. Fantastisch. Stabil. Hammermäßig. Und Pleite. Jetzt hatten wir aber schnell wie möglich... Oh mein Gott. 50 Sekunden nur noch. Oh mein Gott. Alles verkaufen unten. Alles verkaufen. Es ist so weit. Wir müssen alles verkaufen. Das ist anders wild, was wir hier gerade machen. Das ist echt... Wir schreiben hier gerade Geschichte. Wisst ihr das? Jeder einzelne von euch im Livestream schreibt hier in diesem Moment Geschichte. Haben wir die Pumpstation eingenommen oder ging das nicht? Ich konnte sie nicht einnehmen. Ich konnte sie nicht einnehmen. Ich hab sie die ganze Zeit probiert. Ich hab sie die ganze Zeit probiert. Ich hab sie die eingenommen tatsächlich. Okay, das ist gut. Ich konnte die hier rechts nicht einnehmen. Okay, kein Problem. Ich ging nicht. Alles easy. Du hast es schon gemacht in dem Moment und ich hab dich gewöhnt. Alles easy. Kein Problem. Jeder von euch schreibt hier Geschichte im Livestream. Habe ich euch schon legendisiert in dieser Runde. Wer ist hier live am Start zu dieser späten Stunde? Wer ist noch nicht eingepennt? Wer hat noch Bock auf diese actiongeladene Partie Command & Conquer Generals und der Shockwave-Modifikation bei deinem General Ricky? Zeigt euch. Geht in die Geschichte ein. Honkelotte ist live dabei. Komodo, Viking, Phantom, Barbatron, Florian, Rainbug, Froschkönig, Aschera, Hunter Alex. Fools, Violette, Water, Pumping Station, get killed. Wie get killed? Warum get killed? Sechseinhalb Minuten. Ich konnte nicht, ich konnte, ich fand es nicht, ich bin jetzt zu dritt. Ich brauche echt dann Unterstützung, was Kanzler anseht teilweise. Wir brauchen jetzt Anti-Air, meine Süßen. Wir brauchen Anti-Air und Mars Halvers, Graubart, Papagei, Pichler, Zippel. Herzlich Willkommen. 66% der Karte haben wir erfolgreich dominiert. Wir müssen weiter hoch jetzt. Komm links zu uns. Ähm, I don't care. Das wird nichts bringen, das wird nichts bringen. Wenn ich versuche, da rüber zu kommen, dann wird das nicht funktionieren. Ich stecke gerade mal ein Oberloch zu dir. Ja. Fantastisch. Einheit verloren. Ja, holt die runter. Schön, schön Luftabwehr, hammermäßig. Luftabwehr habe ich genug. Super, fantastisch. Wo soll ich meine Neutronenminen reinschmeißen? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Achtung, Raketenmänner kommen. Komm, holt die vom Himmel, holt die vom Himmel. Sehr gut, weiter, 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 weiter. Fantastisch. Ah, jetzt werde ich hier rechts von dir. Achtung, da kommen, äh, Pagi zu dir. Äh, ich sehe schon, wo ich schon da bin. Komm schon, wir müssen Rambazamba machen. Also, nehmt sie raus, nehmt sie raus. Ja, klasse. Gut, schön, schön, schön. Kannst du mit unseren Flugzeugen, können wir doch jetzt hoch nach links, oder? Haben doch keine Luftabwehr mehr, sag mal. Guck mal, können wir doch hoch. Können wir doch frei machen. Lass uns das machen. Meine schwarzen Haie kommen. Oh, stimmt. Ja, die konnten tatsächlich durchdringen. Schön Damage machen. Der hält nämlich aus wie ein Großer. Der frisst wie ein Großer. Nicht nur zum Frühstück. Raketen-Buggies von links, die kommen wieder. Nächster Angriff. Wreck-Attack. Haben wir rausgenommen. Pass auf, Eid und Kerr. Rechts aus der Ecke können sie jetzt wieder kommen. Da waren sie gerade. Ja, die sind tot. Schöner Angriff, schöner Angriff. Gut gemacht. Solide. Okay, wir brauchen mehr Kohle. Ah. Wir haben auch jedes Gebäude hier, Mensch. Erst mal ein paar Hammerkanonchen. Ein paar Buratinos brauchen wir. Definitiv ein paar Buratinos. Auf jeden Fall. Keine Kohle mehr. Keine Kohle mehr. Genau. Schön durchbrechen. Schön Alarm machen. Oh, Overlords kommt zur... Overlords kommen. Achtung, Overlords kommen zu uns. Wir haben auch kein Anti-Air drauf. Aber meine Pazzer sind... Kein Anti-Air. Kein Anti-Air haben die. Defense Overlords... Overlords turn off in... 10 Sekunden. Irgendwas passiert in 10 Sekunden. Äh, Raketen. Raketen, äh... Nuklearbomben kommen. Nuklearbomben kommen en masse. Jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Spreng ein, spreng ein, spreng ein, spreng ein, spreng ein, spreng ein. Einsprengen, einsprengen. Ja. Ja. Kettenreaktion, Baby. Ah, das war jetzt tot. Das ist jetzt mal... Sehr gut. Fantastisch. Helikopter sind weg. Gut gemacht. Okay, weiter geht's. Äh, wir haben nämlich wenig Zeit, ne? Vier Minuten nur noch. Wir müssen uns schon oben versammeln jetzt. Wir brauchen Anti-Air ganz, ganz schnell. Vier Minuten nur. Komm, 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 komm. Brauchen wir Hacker-Vans. Jetzt kommen wieder Arketen-Heinis. Ballert, 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 ballert. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ja, wir müssen jetzt hoch, das ist richtig. Wir müssen jetzt hoch. Einheit verloren. Wir müssen jetzt hoch, wir müssen die Etage weiter hoch, jetzt. Ja, ich bin schon dabei, ich bin schon dabei. Ich bin auch gerade dabei. Sehr gut, absolut stabil. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Pass auf, der Bunker. Das stinkst du auch. Wir brauchen geile Mucke und zwar genau jetzt, komm her. Wir müssen noch die Dings noch einnehmen. Stinksauere Overlords kommen jetzt von oben rechts. Also mein Gebäude habe ich hier schon eingenommen. Hier oben haben wir was zu sammeln, wir haben hier Ressourcen. Wir haben hier Ressourcen ohne Ende, 25 Minuten, dann rotzt der Scud bei uns ins Gesicht. Komm schon. So, ich gehe schon mal vor. Jo, schöne Explosion, gut gemacht. Overlords haben wir deaktiviert, sind raus. Was jetzt? Da kommt was, da guck mal, da oben rechts bei mir. Scheiß drauf, ich hoffe es. Lass es knallen! Jetzt! Alter! Ich bin mir so scheißegal. Mir ist so scheißegal, die habe ich jetzt geopfert dafür. Jo, Kettenreaktion, mal anders. GLA-Wave incoming now. Jetzt kommt eine GBA-Welle. Sie kommen, sie greifen an von überall. Jetzt geht's ab. Von überall! Wir müssen jetzt hoch, wir müssen jetzt hoch. Jetzt! Nimm die raus, nimm die raus, nimm die raus, nimm die raus, nimm die raus. Die kommen von rechts, die kommen da von rechts. Also bei mir sind sie hier rechts. Bauernst du da auch von links? Alter, was kommt denn da alles an? Nimm die alle raus. Ach, die kommen von hier, die sind hier unten. Knotik. Wo? Wo, wer ich jetzt? Wo, 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 wo? Bei mir rechts, bei mir sind sie hier. Und links bei uns. Und rechts, meinte ich. Die nehme ich hier raus, kein Problem. Alle erledigt, riesengroße Armee, einfach dezimiert, weggesnackt. Ja, ja, die Kammerkennen. Die Kammerkennen ist eigentlich nicht strong, ey. Ah, wir müssen mal die Arten ist hier jetzt. Kriegst du das rechts abgewehrt? Ich hab gerade mal eine Oberlords zu ihnen, das sollte ihnen unterstützen helfen. Ja, ein, zwei Oberlords vielleicht. Riesenangriff oben, frontal. Riesenangriff oben, frontal, jetzt. Nicht langsam weiter vorwärts. Odoser, alle nach oben. Okay, wird gemacht. Ich brauch das so gut unterstützen hier, dass ich weiterkomme. So ein bisschen, ach so, ihr seid, ihr habt die Grenze. Okay, gut. Wie viel ist da noch? Ja, okay, das sollte so ab. Wir brauchen Anti-Air. Oh mein Gott, wir brauchen Anti-Air. Nojack, wir brauchen Anti-Air. Wir brauchen jetzt Anti-Air, jetzt. Oh mein Gott. Keine Kohle mehr, nichts. Das sieht nicht gut aus. TTC braucht Anti Air? Scheiße. Brauchen Anti Air. Oh mein Gott. Ich kann meine Basis nicht... Komm schon, komm schon, komm schon. Ich kann meine Basis nicht aufbauen, weil die Atelier noch hier sind. Bleib cool, bleib cool. Nicht ausflippen jetzt. Ballert weiter ohne Energie. Ballert weiter, ballert weiter. Bleib cool, cool bleiben. Komm schon, 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 komm schon. Einheit verloren. Eine Minute, Leute, eine Minute noch. Alles klar, alles klar. Oh mein Gott. Ja, schön hier, richtig. Einheit verloren. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Sieht super aus. Verkauft, verkauft schon alles drin. Jetzt muss ich aber ganz schnell eingebogen. Ich glaub, meine Helgwaren sind im Eimer. Meine Helgwaren sind im Eimer. Meine Helgwaren sind tot. Die werden es nicht überleben. Verkauf, verkauf, verkauf. Egal, ich hab genug. Hoch, lass hochfahren, lass hochfahren, lass hochfahren, lass hochfahren. Ich hab hier schöne Abwehrstellungen gebaut. Einfach cool bleiben, cool bleiben, cool bleiben. Ja, schön sammeln hier oben. Haut euch oben auf. Sammelt, 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 sammelt. Oh Gott, sei Dank, wenn jetzt ein Gebäude ist, jetzt gebaut. Ich komm jetzt mit Nuklearmix. Oh, richtig schön Anti-Air. Einheit verloren. Oh nein. Bei mir werden Sachen sterben. Nicht schlimm, nicht schlimm. Ja, ich hab aber, ich hab hier umgebaut. Das ist gut. Gut gemacht, klasse. Hervorragend. Oh, scheiße. Oh, der Hinix ist gespäß. Hä? Steh noch im Stützpunkt, aufpassen. Anti-Air. Oh nein. Anti-Air, ihr braucht Anti-Air, ihr braucht Anti-Air. Bau, 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 bau. Schön die Abwehrstellung wegbrutzeln. Select target. Neun Minuten. Neun Minuten. Aufpassen, bei dir. Ich weiß, ich weiß, ich baue schon. Ich hab grad nix. Oh, da ist noch einer. Ich mich dir hält super viel aus. Ah, jetzt hab ich meine Getting gebaut. Cool bleiben. Nicht verzweifeln, Jungs. Nicht verzweifeln. Alles, alles gut. Schön sammeln, 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 sammeln. Und Einheiten bauen. Okay. Perfekt, weiter geht's. Schön, 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 schön. Waffenfabrik brauchen wir auch. Also ich muss nicht komplett neu aufbauen. Ich hab fast nix mehr. Okay, do it. Genau, decken wir ein bisschen auf. Jawohl, wir gehen so ein bisschen nach vorne. Ich hab noch ein paar Burritos, die helfen. Wo ist noch ne große Armee? Wo soll ich reinpfeffern? Wir nähern uns dem Finale, Freunde. Wir nähern uns wirklich dem Finale. Wir nähern uns. Wir nähern uns dem Finale. Achtung, schön Anti-Air. Wir brauchen wirklich viel Anti-Air jetzt. Die wären richtig böse. Mit Nuklearmix. Ich versuch das Flugfeld rauszunehmen. Genau. Nutzt eure Kohle. Nutzt eure Kohle, die ihr habt. Baut Einheiten ohne Ende. Einheit verloren. Baut Einheiten, baut Einheiten, baut Einheiten. Baut ein bisschen ein bisschen auf den Boden. Wir probieren wir in der Mitte hier so ein bisschen weg. Ah, Alten sind ein Nuklear-Geschütze alle dort. In der Mitte. Ja, wir brauchen die Hammerkanonen. Die brauchen wir jetzt. Ich muss versuchen, Hammerkanonen zu züchten. Ich werde aber wahrscheinlich, wenn die Milchdäste angreifen. Aber es kommt gar nicht bis dort hin. Splitt ein bisschen deine Burritos auf, pass auf. Nicht, dass die da rein ratzen. Acht Minuten, acht Minuten, acht Minuten. Ich baue einen Shaker. Soll ich einen Shaker bauen? Soll ich einen Shaker bauen? Baue schnell einen Shaker, baue schnell einen, baue schnell einen. Mach ich. Für einen habe ich Kohle. Ich habe keinen Cent in der Tasche, nichts. Oh, das ist eine Art Nokia-Geschütze. Da haue ich einen Shaker rein. Wir brauchen die Hammer-Cannons. Oh, Luftangriff links, 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 links. Alles nach links, 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 links. Das hatte ich erwartet, nachdem die Raketen wir verstehen. Gut reagiert, fantastisch. Hammer. Okay, perfekt. Hammer-Cannon wird ausgebildet. Sie kommen. Sie kommen, sie kommen, sie kommen. Oh, die Mix wollen frech werden. Wenn sie gerne versuchen. Ich versuche, da nämlich gerade was reinzuhören. Nee, da kann man sich nicht mehr rausgehen. Ja, fantastisch. Der Appetit sieht viel aus. Schön, schön, schön. Guck mal, wie es brennt da oben. Dann bauen wir mal ganz viele Hammer-Cannons. Okay, die halten super viel aus, die dreimal beförderten. Da ist ein Raketen-Heini, der ist stinksauer. Der hält unendlich aus. Hammer-Cannons kommen. Hey, wir haben in der Mitte ganz viele Ölis zum Einnehmen, ne? Ich snack mir die jetzt weg. Jetzt kommen ganz viele Sniperinos, aber meine Abwehrstellungen regeln das. Sehr gut. Schön, schön, schön. Ich gehe auf Abwehrstellungen. Ich supporte euch mit Abwehrstellungen. Oh, die Mix halten extrem viel aus. Jo, du brauchst Abwehrstellungen, du brauchst Abwehrstellungen. Du musst deine Einheiten aufsplitten. Ich durche schon die ganze Zeit. Du brauchst richtig aufgestellte Abwehrstellungen. Jetzt müssen wir langsam gucken, dass wir hier ein bisschen aufdecken. Wir müssen an die Nukleargeschütze rankommen. Ich würde ganz links versuchen, durchzubrechen. Du brauchst was, was aufdeckt. Da kannst du nicht hochfahren. Da kannst du nicht hochfahren. Sicher? Ich hab bis leider nicht zum Aufdecken. Ich auch noch nicht. Ich brauch erst das Repzentrum. Komm, 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 komm. Baller, 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 baller. Oh, okay. Die haben hier Neutralisierungsgranaten. Ja, das sind die Nukleargeschütze. Ich konnte jetzt aber gerade einmal dadurch, dass du da hingefahren bist, auf die raufklicken mit den Hammercannons. Hm, ist gut. Jo, die schießen. Die schießen. Die schießen. Da sollten wir erstmal noch nicht. Oh nein, da ist noch eins. Bleib cool, bleib cool. Nicht jetzt eure Armee rausnehmen lassen. Da kommen ganz viele Einheiten. Vorsicht. Der hält richtig viel aus. Ja, cool bleiben. Schaffen das. Kriegen wir alles hin. Braun, sehr viele deiner Haie. Jetzt kommen ganz, ganz viele. Ganz, ganz viele kommen jetzt. Ganz, ganz viele kommen jetzt. Ganz viele Infanteristen. Wir müssen nur auf einer Seite versuchen hochzukommen. Wir müssen wirklich durch die Mitte durch, wie es aussieht, ja? Ja, soll ich doch. Deswegen, wir müssen wirklich durch die Mitte durch. Wir müssen wirklich durch die Mitte durch. Fünf Minuten haben wir nur noch. In fünf Minuten entscheidet sich alles. Okay, 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 okay. Hammercannons. Wir brauchen mehr Hammer der Gnade. Schnell, schnell, schnell. Keine Energie mehr, okay. Wir brauchen aber Energie. Es wird nicht anders gehen, wir müssen mit dem Earthshakel dann dadurch. Bam, es ist den einen, habe ich. Selbst dann wird es ein bisschen knapp. Wir müssen gucken, dass wir schnell durchkommen. Es wird super knapp. Wir müssen jetzt echt Palermo machen. Ah, ein Luftkehrgeschütz ist zerstört. Es sind dann noch zwei. Ja, links habe ich eins rausgenommen. Die kommen mit ihren... Ja, wir müssen aber die Mitte. Wir brauchen die Mitte. Ich mache die Mitte jetzt auf, ich mache. Ich brauche an der Front jetzt Luftabwehr. Ich brauche jetzt Luftabwehr an der Front von euch. Ein bisschen dezent Luftabwehr. Jetzt versuchen, ein bisschen Damage zu machen, ein bisschen aufzudecken. Jetzt fängt es an zu regnen, jetzt geht es ab. Jetzt greifen sie an, jetzt kommen sie von überall, jetzt rasten sie nochmal komplett aus. Jetzt regnet es. Oh, ist das episch, hä? Ich glaube, wir in der Mitte haben wir sehr viel gerade rausgemacht an den ganzen Tagen. Vorsicht, nicht so weit hoch. Kurz ein bisschen aufdecken für mich, ein bisschen aufdecken. Nehmen wir eine Special Ability. Jetzt kommen sie mit Luft. Ach, du Heiliger. Oh mein Gott. Oh mein Gott. No Jack, alles in der Mitte. Oh mein Gott, das ist viel. Jetzt geht es richtig ab. Jetzt brauchen wir RTR und Max. Ganz dringend. Das ist der feine Showdown. Die müssen jetzt den Boden küssen, ansonsten ist es RIP in Peace. Komm schon. Mehr RTR. Los, 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 los. Baut, 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 baut. Ein nach dem nächsten runter. Jawohl, sieht gut aus. Fantastisch. Yes, 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 yes. GG, sehr gut. Vier Minuten noch. Jetzt weiter voran drücken. Weiter nach vorne, weiter nach vorne. So, das ist noch ein Nukleargeschütz. Anti-R. Ein Nukleargeschütz. Das muss raus. Nehme ich raus, bin dabei. Bin ich auch dabei. Der kriegt richtig auf die Nase. Gleich haben wir es, gleich haben wir es. Ja, der ist gleich weg. Dann können wir in der Mitte alles mit den Hammer-Tanels rausnehmen. Wir haben es. So, schnell die Verteidigung wegnehmen noch, dass wir nicht so viele Probleme damit haben. Und dann einfach schnell nach oben, so gut es geht. Ja, machen wir. Ja, natürlich ist mein Oberloch alles nach vorne. Greifen von links an. Die greifen von links an. Abwehrstellung regeln. Verheizt nicht eure komplette Armee. Passt auf. Noch nicht hoch, noch nicht hoch. Wir müssen noch ein bisschen supporten. Wir müssen noch ein bisschen reinbratzen. Wenn du deinen Earthshaker hast, und da reingejagt hast, dann gehen wir noch hoch. Das funktioniert nicht. Bei der Timor nur noch 30 Sekunden ist, wenn ich das Ding habe. Scheiße, stimmt. Wir müssen ohne hoch. Wir müssen es so schaffen. Also eigentlich ist hier, eigentlich ist hier recht viel weg jetzt in der Mitte. Die haben fast nichts mehr. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Ich snacke auch weiter hinweg. Ich snacke auch weiter hinweg. So. Jetzt werde ich von rechts angegriffen. Egal, ich habe genug viel Papier, da kommt er nicht durch. Das Nukleargeschütz da rechts, links muss raus. Das ist eine Belagerung. Guckt euch das an, wie episch das aussieht. Absolut gigantisch. Aber wir denken dran, wir müssen trotzdem einen Bulldozer mit hochnehmen, dass wir da oben irgendein Gebäude kurz bauen können. Das ist korrekt. Jetzt kommen die Avengers runter. Der nimmt mir hier meine ganzen Hammercannons raus. Wir müssen Anti-Air mit hochnehmen, Freunde. Da fliegt nämlich gerade einer rein in unseren Stützpunkt lachen. Das Problem ist, das Problem ist, noch ganz rechts, hier habe ich die Nukleargeschütze. Guck mal, der ist in unseren Stützpunkt drin. Der will es wissen. Der will es wirklich wissen. Ganz schön, ganz schön hier. Noch mal Heckwän, Karot. Was soll das? Der ist jetzt ab, der ist jetzt ab, da sind mega Einheiten drin. Der ist jetzt ab, der ist jetzt ab. Oh mein Gott. Nein, der ist nicht. Nimm die raus, nehm die raus, nehm die raus, nehm die raus. Komm schon, komm schon, komm schon. Die müssen durch die Gegend fliegen, ja? Noch mehr rauf. Ja, PG-Einheit, komm schon. Das ist ein Elite-Raketenwerfer. Aus Rikis Crew, der hat sich verschworen gegen uns. Verräter, stirb. Oh mein Gott. Au. Angriff, wir müssen hoch. Zwei Minuten noch, wir müssen jetzt hoch. Wir müssen jetzt hoch. Wir müssen jetzt hoch. Jetzt. Nicht morgen, nicht gleich, nicht später, nicht nachher. Jetzt. Oh, die Avengers halten aber ganz schön hart. Oh, guck mal. Comanjis, nächster Luftangriff. Nächster Luftangriff kommt. Einheit verloren. Jetzt kommt der nächste Luftangriff. Nochmal eine große Portion, so wie vorhin. Ja, das kann ich sagen, wir müssen nach oben. Wir brauchen Rollbooter da oben. Wir müssen jetzt irgendwie da durchkommen. Wir müssen jetzt da durch. Wir müssen jetzt da durch. Ansonsten ist Rip in Peace. Wir brauchen alles Anti-Air, was wir kriegen können. Alles. Komm schon, snack die vom Himmel. Snack die vom Himmel. Ja, ja. Jetzt Bullys hoch, kommt schon. Schickt eure Bullys hoch. Macht, 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 macht. Jetzt, jetzt, jetzt. Eine Minute 40 noch. Los, 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 los. Oh mein Gott, mein Herz. Es schlägt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm, fädelt euch hoch. Da ist ein dreimal Beförderter. Ihr müsst da links, geht immer links hoch. Wenn wir alle nur rechts hoch gehen, ist doof. Ihr müsst auch links hochgehen. Das ist ein Big Boss. Er fliegt in unseren Stützpunkt rein. Er fliegt in unseren Stützpunkt rein, der Big Boss. Er will uns rausnehmen. Dein Bulldoser blockiert, Vicky. Dein Bulldoser blockiert. 1,20 noch. Ja, durchlöchert den, durchlöchert den. Der ist rot. Jetzt lädt er ab. Jetzt schickt er wieder seine Raketen-Heinis raus. Dann baller, 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 baller. Wir müssen die Buraltinos ballern lassen. Jetzt schnell, 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 schnell. Ihr müsst progen, Jungs. Eine Minute nur noch. Wir müssen jetzt hoch. Wir müssen jetzt hoch. Ansonsten ist GG. Kannst du bitte nach links ein bisschen freischälern mit deinen Buratinos? Ein und Kehr. Links, 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 links. Guck mal, links, links, links. Links, nach links, baller, nach links, baller, nach links, baller. Bitte, bitte, bitte. Das ist alles voll mit Comanjis. Ich habe eine Abwehrstellung hingebaut. Ich kann nicht rein. Ich setze mich nicht rein. Ich habe schon meinen Bulli. Bau, 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 bau. Fahrt hoch. 30 Sekunden noch. Fahrt hoch. Fahrt hoch, fahrt hoch, fahrt hoch, fahrt hoch. Ihr nehmt meinen Bulldozer raus. Das sieht nicht gut aus. Ich bin gleich rausgenommen. Na cool. Wir müssen verkaufen. Wir müssen verkaufen, wir müssen verkaufen. Earthshaker ist abgeballert. Push, 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 push. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Earthshaker ist drin im Stützpunkt. Wir nehmen raus. Wir müssen ja eigentlich nur den Gatsch um zerstören. Wir haben das eingefallen. Wir haben das eingefallen. Verkaufen, 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 verkaufen. Alles verkaufen, Jungs. Ich zitter, Alter. Ich zitter. Ohne Bulldozer. Ich zitter. Ohne Bulldozer würde ich nicht überleben. Nein. Ich bin tot, Leute. Ich zitter. Ich zitter. Ich werde es nicht mehr überleben. Nein. Das war's. Oh nein. Ronzal ist weg. Oh mein Gott, das ist der letzte Rest. Ich habe einen Bulli. Ich habe einen Bulli. Wir müssen jetzt durchhalten, Leute. Ich kann nicht. Komm schon, komm schon. Push Einheiten, push Einheiten, Alter. Okay, oben kommt noch Rieslein. What the hell? Was ist das denn? Ich habe noch einen Bulli. Ein Bulli. Komm schon. Bauabwehrstellungen. Los. Das war's. Nein. Das darf nicht wahr sein. Was kommt hier noch an? Guck dir das doch mal an. Wir sind so weit gekommen. Nein, Bulldozer ist der letzte Überlebende. Pau, 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 Pau. Nein. Oh mein Gott. Fuck an, Minen zu sammeln. Hol die Minen da raus. Oh mein Gott. Alter, was kam denn da jetzt noch? G. G. Alter, rechts sind 90 Grad Stürme. Guck mal hier. Ich habe eine Hack-Van und Kraftwerke im Wasser. Oh, der schlechte liegt noch. Oh mein Gott, die kommen. No. Nein. G. G. Was für eine krasse Map. Wir waren kurz davor, die schwerste Map, die ich jemals gesehen habe, erfolgreich abzuschließen. Aber da oben war nochmal totale Eskalation. 95% der Dumb-Map haben wir gesehen, haben wir erlebt, haben wir durchgespielt, haben wir geschafft. Aber diese Armee hier hat uns den letzten Nerv geraubt. Diese dezente Armee. Wow. Das war High-Adrenalin-Gameplay. Absolut krass gewesen. Wir haben über 1.000, nein, wir haben 3.500 Einheiten haben wir vernichtet. Ausrufezeichen, Applaus in den Chat. G. Schade, das ist Biest, was du willst. GG. Applaus an Biest, an Julian und an I don't care. Ihr habt so grandios gespielt. Mega krass. Also ihr habt so abgeliefert. Zwei Daumen nach oben. Absolut stabil gewesen. Möchtet ihr noch ein paar Worte loswerden? Biest nicht rausgekommen, hätte man so von mir. Hätte, hätte eine Fahrradkette. Hätte ich wenigstens ein Pulli noch mit hochbekommen. Nächstes Mal wenigstens 40. 40 Bulldozer-Bahn, okay? Nächstes Mal schaffen wir es. Das ist eine Ansage. Salute, Rekrut. General Ricky tritt ab.